So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Wir sind bei Jackson und der hat einen Auftrag für uns, angeblich. Jackson, leg mal den Spaten weg. So, jetzt, wie sieht's aus? Bereit? Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie landwirtschaftliche Tipps, äh, Sie sehen nicht gut aus. Sie sehen nicht so gut aus. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut, danke. Okay, äh, ich wollte nur mal fragen, so. Ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Was denn? Willst du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Okay, dein Freund, ich... Kugel mir mal die Schultern aus. Uh, für 600, jawohl. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Ah, fast 600. So, den gucken wir mal. Wo... Wo sitzt dein Freund? Willst du mich denn fahr? Da fahr ich ja... Drei Tage. Ist hier eine Bushaltestelle? Da vorn. Okay. Wir fahren heute mal noch runter. Auto. Das dauert ein bisschen länger. Bus fahren hätten wir auch gekönnt. Würden wir wahrscheinlich Zeit sparen. Ich müsste trotzdem so ewig weit laufen. Ah, scheiße. So muss ich dann... ...auch nochmal hier runter fahren. Ähm... Ähm... Geh, ich... Ich fahr bis der Bushaltestelle davon. Oh Gott. Aha. Was mache ich hier? Aussteigen. Bushaltestelle. Hopp. Nehmen wir diese und jetzt sind es noch 400 Meter. Gut, da. Querfeldein. 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 Oh. Steilerberg. So, vielleicht finden wir ein paar Pilze. Da. Pilz. Jawohl. Hat sich ja gelohnt, der Weg. Die Abkürzung. Daniel. Ach, die sind... Ne. Ich dachte, die sind schon wieder am Angeln. Aber der Kollege mit der Kiste... ...in dem Paket... ...ist... ...da. Chloe. Frank. Chloe, wie siehst du aus? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ach Gott. Wieder so kurz an... ...ah... ...ah... ...unten. Was soll diese Schmeichelei? Ich kenne dich nicht mal. So. Im Moment. Favorit. Ich bin wegen dem Paket hier. ...wäre Hannah. Ich bin sicher. Hier ist es. So. Wo ist das Paket? Haben wir es? Jawohl. Dann... ... ... ... bringen wir... ...hier hin. Ups. Rückertsgang. Das bringt... ...nochmal... ...ein wenig Geld... ...in die Kassen. ...nach... ...da-da-b-ti-ra-ti-ra-la-la... ...da-da-b-ti-ra-ti-ra-la-la... ...moment, da kann ich doch reinfahren. So. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Ah, her damit. So, wie viel haben wir bekommen? Nochmal 1000 Sozialpunkte. Gut. Nächste Station. Hm, haben wir nicht. Okay, dann Agrargeschäft. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit Hühnern und Enten mache. Ich fahre mal hin. Und Tauben. Oder... Moment, wie viel Geld haben wir? 600. Ähm... Wir fahren zu Hannah. Hannah hat, äh... Ich glaube, hier gewohnt. Ähm... Moment. Hier. Man bietet sich an. Hoch. Ähm... Ja. Wir bleiben mal auf der Straße. Äh... Wir werden hier nochmal eine Runde flirten. Da-dat. Da-da-dat. Tempo-Mat rein. Überholen. Überholen. Fahr schneller. Da-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ups. Oh, was ist da oben? Schaut da schick aus. Menschentreffen. Ah, wollen wir da mal hin? Ich fahr mal da hoch. 18 Uhr. Oh Gott. Es kann sein, dass die schon wieder Feierabend machen. Bis ich da oben bin. Oh, was ist das für ein großer Schlepper? Ein moderner K700. Du wirst etwas hungrig. Solange wie etwas steht, ist alles gut. Relativiert die Sache etwas. Genau, etwas. So. Dann schauen wir mal. Wir parken mal hier. Gucken. So. Dann mal hier hoch. Eine Kiste. Eine Kiste. Ein Inventar. Ah. So. Sehr schön. Gibt es hier zufällig noch Menschen. Sitzmöglichkeiten. Ja, Menschen. Nein. Lagerfeuer. Nein. Okay, das Ferienressort hat wohl gerade Urlaub. So. Da. Habe ich da gerade eine zweite Sonne gesehen? Ne. Ups. Da kommt ein Drache geflogen. Warum kann ich nicht gerade hochschauen? Na, vielleicht hier nicht durchs Wasser. Na, wir finden noch einen anderen Weg. Das ist großes Wasser. Was waren alles Tiere? Jawohl. Ja. Kürb. Oh Gott. Oh Gott. Entschuldigung. Entschuldigung. Gehen wir nach vorn schauen. So. Könnte der Weg jetzt eine passende Abkürzung sein? Äh. Wohl direkt Weg sieht anders aus. Oh Gott. Ein Fluss. Ein Fluss. Oh. Nee. Oh Gott. Kein Fluss. Eine Straße. Alles gut. Gut. So. Jetzt hier zwischen den Feldern durch. Schauen wir mal, ob Hannah zu Hause ist. Yvonne. Steve. Kollegen. Wie sieht's aus? Ist Hannah da? Nein. Ah. Ich hab' aber auch ein Pech. Ich hab' aber auch ein Pech. Ich hab' aber auch ein Pech. Und nun. Ähm. Gut, zum Pick-up. Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Okay, das nächste Mal. Moment, das sind Leute. Charlotte. Charlotte. Okay, die schaut nicht so freundlich. Ah, nicht immer so kurz angebunden. Ah, Mist. Ja, ich geh ja schon. Ach, rum. So. Okay. Je mehr Frauen ich hier treffe, desto eher finde ich, dass Hannah die einzige wäre, die hier bei uns auf den Hof passen könnte. Aber ich gucke nochmal oben in den anderen Janet Hof. Janet, Josef, sonst ist auch niemand zu sehen. Mist. Ba, ba, ba. Moment, da ist ja noch ein Hof davon. Sehen wir schon jemanden? Sem und Sascha. Wird Sascha eine Frau oder ein Mann? Oh, da ist Hannah. Okay, Sascha scheint eine Frau zu sein. Ja. Okay, Hannah. Hannah, meine Liebe, bist du's? Tag. Oh, hallo. Oh, hallo. Schönes Wetter. Schönes Wetter. Das ist es. So, und jetzt flirten, was das Zeug hält. Das sieht heute wirklich wunderschön aus. Was soll diese Schmeichelei? Ich kenne dich nicht mal. Okay, willst du eine andere Hannah? Hm, okay. Lasst uns reden. Guten Abend. Guten Abend. Das ist wirklich ein schöner Ort zum Leben. Das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Könnte dennoch ein oder zwei Einkaufszentren brauchen. Ja. Ja. Ja, du siehst nicht gut aus. Ach, das ist aber fies. Sie sehen nicht so gut aus. Ich hab grad gesagt, das ist eine Schönheit. Mir geht es sehr gut. Danke. Okay, sie... Sie findet's... Okay. Ich wäre früher gekommen, hätte ich gewusst, dass ich eine Schönheit wie dich treffen würde. Jawoll. So schön, das zu hören. Danke. Okay, jetzt läuft's. Jetzt läuft es. Und sie mag uns zwar immer noch nicht so richtig, aber... Lasst uns reden. Guten Abend. So, ich hab Parfüm dabei. Keine Blume ist so schön wie du. So schön, das zu hören. Danke. Okay. Und weiter geht's. Deine Füße stecken im Boden. Lasst uns reden. Lasst uns reden. Oh, bist du es wieder? Ohohohoho, jawoll. Hallo meine Schönheit. So toll dich zu sehen. Wo, 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 wo. Ah, danke. Das ist nett von dir. Okay. Äh... Warum fruchtest du jetzt mit den Armen? Guten Abend. So, okay. Schönes Wetter. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. So. Ein schöner Ort. Das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Ja, ich liebe es hier. Okay. So, vielleicht nochmal. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. Schön zu hören. Danke dir. Okay, das klingt jetzt irgendwie nicht mehr ganz so überzeugt. Guten Tag. Wir machen weiter. Oh, bist du es wieder? Ja. Schon viermal jetzt. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Jawoll. Okay, komm. Guten Tag. Hallo. Hallo. Du siehst aus wie die Prinzessin, nach der ich mein ganzes Leben gesucht habe. Schön zu hören. Danke dir. Komm los, endlich. Willkommen ein Smiley. Hi. Hi. Hm? Okay, jetzt ist sie verwundert. Keine Blume ist so schön wie du. Schön zu hören. Danke dir. Oh Gott. So. Guten Tag. Guten Abend. Hallo Prinzessin. Du siehst aus wie die Prinzessin, nach der ich mein ganzes Leben gesucht habe. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Ja. So und weiter geht's. Tag. Guten Abend. Hallo. Hallo meine Schönheit. So toll dich zu sehen. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Gut, weiter geht's. Guten Tag. Guten Abend. Hat das wehgetan. Oh Gott. Hat das wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist. Ja, Luft. Du bist ein echter Schameur, oder? So, wir gucken mal schnell Nahrung. Okay, ähm, würde ich sagen, erstmal Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal. емся mit demvasper��, wenn du das somitour ist, dieser Mask, denn ichぁ ball santé,